Wo gibt es weiter? Lieber Freunde, die Unruhe der Erdkruste und die klimatischen Veränderungen auf Ihrem Planeten haben eine gemeinsame Ursache. Sie liegt in den Unregelmäßigkeiten der Sonnenaktivität begründet, die sie seit Jahren bei Ihnen registriert wird. Es wird unruhig und ungemütlich auf der Erde und es ist zu vermuten, dass sie von einer ganz gewaltigen Umwälzung stehen. So oder so eine Zeitdurch scheint abzulaufen und auf ein zumindest teilweise Ende hinzudeuten. Ein Ende sogar ohne Inbetrachtnahme eines denkbaren atomaren Krieges, ohne Bezugnahme auf die Überbevölkerung und die schwindenden Vorräder an Trinkwasser, wie sie es auch drehen und wenden. Der Untergang zwar nicht der Erde als Himmelskörper, aber der Menschheit als solcher ist praktisch unabwendbar und relativ nah bevorstehend. Gibt es vielleicht in letzter Minute eine Hilfe von auswärts? Nun, das Wichtigste ist eine Besinnung in letzter Stunde. Die Besinnung darauf, dass es eigentlich grotesk und absurd ist, nur von diesem kurzen, irlischen Dasein auszudenken und zu leben, ohne zu wissen und ohne zu überlegen, was vorher war und nachher sein wird. Sie haben, und das ist nichts Wichtiger, durchaus die Möglichkeit, in Ihnen hier und jetzt weiter zu denken und weiter zu planen. Ihre Unsterblichkeit steht nichts im Wege. Sie müssen sich nur deren bewusst werden. Noch nie war die Chance dazu so groß wie bei Ihnen heute in Ihrer Gegenwart. Sorgen Sie sich nicht, es wird wahrscheinlich nicht zu einer Vernichtung der Erde kommen, aber zu einem Umdenken in der Lebensweise und in dem Geiste. Kontakt, Hande, 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 Hande.